Hab ich mein Auto komplett ruiniert? Ich möchte meinen neuen Song Welt bekannt machen und hab deshalb jemanden beauftragt, mein Auto mit meinem Song zu bekleben. Da mein Auto aber ziemlich dreckig war, musste ich erstmal in die Waschstraße, was ich tatsächlich noch nie gemacht hab. Es war ziemlich aufregend, bis ich gemerkt hab, dass mein Fenster noch offen war und alles voll mit Wasser gelaufen ist. Mega! Nachdem aber alles wieder clean war, hieß es zum Verlierer fahren und die verschiedenen Kleber anbringen. Ich war echt aufgeregt, ob es gut aussehen wird, da ich mein Auto echt sehr liebe. Als erstes haben wir die Seiten beklebt und dann noch die Motorhaube und das Heck. Und das ist jetzt das fertige Endergebnis. Findet ihr es sieht gut aus und habt ihr meinen neuen Song schon gehört?